Deutschland, schnallt euch an! WWE Live fährt diesen Sommer auf der Road to Berlin. Verpasst nicht die Chance, eure Lieblings-WWE-Superstars in Action zu erleben, wie Bianca Belair, Bobby Lashley und viele mehr. Wenn WWE am 27. August in Oberhausen, am 28. August in Stuttgart und am 29. August in Frankfurt halt macht. Tickets jetzt im Vorverkauf.